ZOMBIE APOKALYPSE Ciao zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich mit Eike Kalou wieder mal an einem Video machen. Nein. Noch Spass. Und wir werden ein paar Duokämpfe machen und nochmal probieren Rekord aufstellen. Diesmal aber 8. Ja. Ja. Bist du sicher? Ja. Ich habe ein richtig krasses Push-Deck mit der Prinzessin und mit dem Lava-Hund. Das ist so krass. Okay. Ah fuck. Ganz falsche Deck. Ganz in ferner Drache. Egal. Dann tun wir da einfach mit dem spielen. Okay. Ich verteidige werden die ebenfalls pushen durch das Prinzessin. Du musst nicht so laut reden. Trotzdem. Im letzten Video hat man mich fast nicht gehört. Ich verteidige es. Ist das die Angst? Verdient. Ein Hund? Ein Hund? Ein Hund? Aber wenn unser Gegner heisst Wolf, wieso nennst du ihn Hund? Wenn du ein Hund bist. Okay. Ich habe auch Klone. Ich weiß, dass man Klone klonen kann, aber... Klone als Klone nicht. So Arschloch. So ist es ausgesehen. Ah, bist du sicher? Ja. Das wollen wir ins normale Deck. Ich verliere mehr. Instant wieder. Hast du gerade wieder angenommen mit dem gleichen Deck? Ah, da bröcke. Okay. Jetzt mal acht. Heißt auch der Deck? Ja. Ja. Okay. Sorry, dass ich mein Icon... ansprichend auf Icon... jetzt mal... bewege. Sonst bricht das M-Stream. Okay. Du musst mal einfach pushen. Ja. Ich verteidige. Äh, nein! Oh mein Gott. Aufnahme abgebrochen. Egal. Jetzt schickst du mir deine Aufnahme. Boah. Fick dich. Sorry. Ich mache Kater drauf. Ist das die Angst? Vielleicht. Doch verteidigt... Ah, ist das die Angst? Ist das gerade die fucking Angst? Merde. Pika am Tower. Wollen wir nochmal machen? Komm. Das ist wohl ernst. Ey! Aufhusegange. Ist das die fucking Angst? Ja. Ist das die fucking Angst? Pusch. Wo? Hinter mir nach oben. Drei. Zwei. Eins. Fick dich. Hey, nein! Okay. Hast du Klonzauber im Deck? Ja! Warte, dann tun wir den Crown Tower. Nein! Doch, mit meinen Goblins. Ich habe keinen Klon. Ich habe keine Ahnung, was wir anrufen. Tschüss. Nein, da auch nicht. Ist das ein Bombekanze? Nein. Nein. Ich habe keinen Namen. Ich habe keinen Namen. Ich habe keinen Namen. Meine Mutter hat ihn angehlt. Ähm, ich habe nur... Äh... 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 Kleine ist gold. Sorry, geil! Haben wir gerade gewonnen? Sorry, dein Klingelton. Ah, ich weiss, was ich nahe. Aber ich sage es nicht. Keine Angst. Oh. Ich wollte es anders machen. Ich wollte eine Rakete und ein Goblin-Dot drauf machen. Warte. Warte, ich rufe es ab. So, Prinzessin-Klone. Die Angst. Was heisst es, wenn es Ja ist? Nein, es fängt dich. Er verteidigt dich. Die Angst. Du, ich hilf zu pushen. Wenn. Ich glaube, bis jetzt in meinem Grunde. Ich verteidige. Ich verteidige besser. Wir verlieren die Züchtfaktiere. Was? Ich glaube, du bist ja der Profi-Spieler. Das heisst, du verlierst kein Match. Mach ich auch nicht. Nein. Außer wenn du mit mir spielst. Ich höre so. Ich spiele. Ich spiele. Okay, ich verteidigt richtig. Was ist das? Was? Oh Gott. Alter, ey. Was ist das? Was hält mir davor? Wenn wir nachdenken, dass man mich beleidigen kann. Verteidig. Verteidig. Du retardetes Kind. Keine Ahnung. Ich weiss es. Ich weiss es. Ist mir egal. Ich schwöre, ich hilf uns Sau. Oh Scheisse, ich kann unsere Towerwelle klonen. Dass wir die Karten, dass wir es noch überleben. Ja. Hat gerade fast eine Folge. Ich glaube, wir lassen sie mit den... Okay. Nein. Wir machen. Jetzt ernst machen wir so viel entfernt durch den Klonen wie es geht. Okay? Mhm. Aber jetzt ernst. Ich schwöre. Wenn nicht, kannst du einfach eine Faustinfrasse? Nein. Doch. Wenn ich mich schluss, sage ich dich an. Nein. Komm, wir machen. Wenn ich mich schluss, dann abonniere ich dich. Schön. Ich hasse es. Ich fange an mit Towerwelle. Hast du irgendeinen Typ oder... Alles klar. Backmitte. Das sind zu viel. Nein. Nein. Es gibt schon Grenzen. Nein. Doch. Halt wirklich, es gibt Grenzen. Ich hole auch die Tower. Sie sind dumm. Sie sind dumm. Was machst du? Ich hole die Tower. Das ist nicht zu viel. Nein. Das sind genug. Alter, was mach... Halt. 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 Stimmt. 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 Aha. Gemerkt. Ich muss den Turm holen. Du hast keinen Kopf. Halt. Was hast du auch verleidigt? Ich bin so verleidigt. Ich bin so verleidigt. Danke fürs Freisen. Das finde ich ein Faul 8 gut. Danke, das kannst du nicht, dass du behindert bist. Das finde ich auch 8 gut. Du kannst du nicht mitmachen. Wie hast du... Hier. 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 Nein! Was? Bumm Gune. Bumm. Bumm. Shake the room. Okay. Das war's für heute folgen. Shake your hat in the fucking... AAAAAAAA. Aber ich hau auf. Okay. Wer und Volk wollen nicht nur wieder geschlagen werden? Mhm. Nach der Folge wirst du vielleicht vorgeschlagen. Ihr müsstet ihm sein Gesicht sehen, wie er gerade aggressiv ist. Okay, komm. Wenn wir noch einen machen... Nein, lieber nicht. Wir sehen uns ein anderes Mal. Ich will nicht, dass ihr die Schläge zahlt. Tschüss.